Die Firma Schottl ist Hersteller von 360 Grad steuerbaren Antriebssystemen für die Schifffahrt. Wir produzieren Antriebe für Schiffe jeglicher Art und Größe. In unserem speziellen Fall für die Fahrgastschiffe Basel geht es um ein Binnenschiff, was auf dem Rhein betrieben wird. Wir haben uns, oder die Firma UTS, Ingenieurbüro UTS, hat sich für den 360 Grad steuerbaren Antrieb aufgrund seiner Eigenschaften entschieden. Wir haben in diesem speziellen Fall einen Ruderpropeller des Types STP200 gewählt. Die klaren Vorteile des Schottl-Twin-Propellersystems sind, dass wir mit zwei Propellern auf einer Propellerwelle arbeiten. Dies hat für den Kunden später im Fahrgastschiff den Vorteil, dass weniger Geräusche übertragen werden. Noch dazu arbeiten wir mit einer hochelastischen Lagerung, wo der Antrieb drin aufgehängt ist. Das sorgt ebenfalls dafür, dass weniger Geräusche über die Schiffsstruktur ins Schiff übertragen werden. Der Fahrgast sozusagen gar nicht mitkriegt, dass hinten im Schiff ein Antrieb arbeitet. Weitere Vorteile für die Schifffahrt selber sind, die der Fahrgast noch nicht mal so merkt, sind, dass der Kapitän ein deutlich besseres Steuerverhalten des Schiffes hat durch die 360 Grad steuerbaren Antriebe. Daher kann er zum Beispiel Traversieren an den Anleger ermöglichen, was er mit einem konventionellen System so einfach gar nicht könnte. Weitere Vorteile sind daher für die Schifffahrt, sie können den Fahrplan schneller erfüllen und haben noch dazu eine Spritersparnis. Weitere Vorteile Untertitelung des ZDF, 2020